Wir kommen zurück hierbei. Keiseru. Mario. World. Ein absoluter Lieblingsspiel. Was ich sogar noch viel mag als... ...Stavis. Ja okay, neben Mario. Scheiße. Scheiße. Danke. Der Kammer. Der Kammer. Ja okay. Dann muss ich mir den ganzen Scheiß vernehmen. Und ihm darf ich jemanden. Ja okay. Der Kammer. Der Kammer. Der Kammer. Ja okay. Eigentlich die Verarschung. Ich habe nur B gedrückt. Hä? Okay, warte mal. Okay, warte, jetzt darfst du alles wieder einwandfrei funktionieren. Ich habe nur ein paar Jahre lang geholfen. Ich habe nur ein paar Jahre lang geholfen. Ich bin einfach nur ein paar Jahre lang geholfen. Ich bin einfach ein paar Jahre lang geholfen. Oh, komm. Scheiße. Was? 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 Das war's für heute. 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 Und wenn ihr... das war... das war... das war's für heute... das war's für heute... das war's für heute...